ja herzlich willkommen hannes mario ist wieder da ich zeige euch jetzt den weiteren cup und zwar den blumen cup von mario kart v ton an und los geht's dieses mal bin ich baby mario ich hoffe dass die kamera jetzt besser geht als vorhin natürlich auch wieder 100 ccm das nenne ich mal im fehlstart scheiße ok so war das aber nicht geplant leute ja ich bin ja das mit dem kettner und bin ich noch nicht so gewohnt ok dieses mal geht es aber gewaltig zu beim pilzkapp war das nicht so meine fresse voll in die fresse alter das kann nicht wahr sein ich bin immer noch nicht auf dem ersten platz ich brauche jetzt noch einen roten panzer nein alter das ist so unfair ja aus fehlern lernt man kokospromenade die welt rockt drum und du 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 Dieser Tod ist unglaublich, unglaublich schnell. Ja, gerade noch rechtzeitig geschafft. Oh man, das lief jetzt wirklich ins schwarze. Shit. Ok, diesmal werde ich hier. Viel Spaß beim Rein... Nein, das gibt's nicht. Ich wollte sagen, viel Spaß beim Reinfahren meines Würfels. Aber dann kam der Blitz. Tja, letztes Wochenende wollte ich sagen. Am Samstag habe ich ja mit Spider-Man begonnen. Spider-Man wird heute wahrscheinlich auch noch kommen. Sollte er heute nicht mehr kommen, dann kommt er vermutlich morgen oder nächsten Samstag. Am Samstag habe ich immer die beste Zeit, meistens meine Videos zu machen. Das gibt's doch nicht. Wollt ihr mich verarschen? Sagen sie mir, dass sie mich verarschen. Aber wirklich. Wo, 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 wo. Das war doch knapp. Ja, ich schaff's noch. Okay, das bedeutet... Baby Mario hat gewonnen. Ich schaff's noch. Diese Welt feiere ich nicht so. Weil ich da oft runtergefallen bin. Besonders hier, da bin ich rausgefallen bei der Kurve mal. Ich zeig euch gleich wo das war, ein bisschen Geduld noch. Alter, reißt euch mal zusammen! Ja genau hier, hier seht ihr das? Da bin ich runtergefallen. Aber nicht einmal, sondern sicherlich schon mehr als 100 mal. Ich würde sagen 1000 mal. Wuhu, Baby Mario win! Oh shit! Fünfter ist nicht mein Ding. Ich möchte erster werden. Nur bei dieser Welt ist es ziemlich schwierig. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, das hat jetzt überhaupt gar nichts gebracht, was ich hier jetzt gemacht habe. Aber dank des Sternes bin ich jetzt wieder auf den ersten Platz. Das ist die Kraft des Sterns. Der Power of the Star. Oh, schau. Noch einmal. Na, shit. Wieder nicht. Ich muss mich zusammenreißen jetzt, sonst verliere ich den ersten Platz. Wenn ich da jetzt einen Fehler mache, dann war's das. Boah, ey, das kann nicht euer Erster sein, oder? Boah. Kurz vor dem Finale. So eine Scheiße. Aber ich bin eher Erster. Das war's. Varios Goldmine ist richtig geil. Aber man kann auch hier besonders schnell runterfallen. Scheiße, lasst mich in Ruhe, die blöde Wolke. Ah, Luigi hat die Wolke erwischt, sehr gut. Oh, Baby Peach hat mich reingeholt. Tord ist auch schon wieder hier. Okay, das war jetzt wirklich verrückt. Crazy Daddy, würde ich mal sagen. Das war jetzt echt gestört. Ich muss auf den ersten Platz kommen, Leute. Ich versuche es, aber irgendwie gelingt es mir nicht. Ja, ich habe da so richtig Bock, da reinzufahren. Aber du willst... Kein Kommentar. Vorhin wollte ich sagen, ich habe so richtig Bock, wieder die Abkürzung zu nehmen. Aber nicht, dass ich dann wieder reinfahre. Also, in einen Wagen. Tja, das war's dann wohl. Hoffentlich kommt jetzt nicht wieder so ein scheiß Flieger. Okay, dieses Mal wage ich jetzt. Komm schon. Komm schon, Mann. Fuck. Ich habe doch die Banane geschossen. Ja, scheiß drauf. Ich bin trotzdem erster geworden. Okay, das heißt, dass ich dieses Mal bei jeder Strecke erster geworden bin. Und sozusagen gibt es jetzt für mich 60 Punkte. Ja, hier sehen wir wieder Baby Mario, äh, Luigi und Tord. War ja klar, wer jetzt erster ist. Das bin ich, der Baby Mario. Miii-Mai-io! Wuhu! Ja, Baby Mario. Glückwunsch! Ja, sag ich doch, 60 Punkte. Also, das ist die beste Leistung. Und das war's auch schon wieder mit dem Cup. Glückwunsch, ich habe den Stern Cup freigespielt. Sehr gut. Tja, ob jetzt noch ein weiterer Cup kommt, und das seht ihr dann. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass ich bei Spider-Man noch ein Video machen werde. Und, ja. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schauen und schreibt wieder in die Kommentare, was euch am besten gefallen hat, welche Strecke ihr am meisten feiert und vergesst nicht zu abonnieren und nach weiteren Abos zu kommen. Ja, dann sage ich mal, macht's gut, Leute. Ja, dann sage ich mal, macht's gut, Leute. Ja, dann sage ich mal, macht's gut, Leute. Ja, dann sage ich mal, macht's gut, Leute.